Geringe Produktivität, Personalengpässe, Platzmangel. Die Hedelius 5-Achs-Bearbeitungszentren der Acura-Baureihe heben die High-Performance-Bearbeitung von Einzelteilen und Kleinserien auf ein neues Level. Ob Paletten- oder Werkstück-Handling, durch die seitliche Beladung und das offene Schnittstellenkonzept vereint Hedelius größte Flexibilität mit einer breiten Auswahl an Automationslösungen. Sie fertigen Losgrößen bis 500 Stück? Dann rüsten Sie Ihr Unternehmen für die Zukunft der Zersparnung. Investieren Sie in ein automatisiertes 5-Achs-Bearbeitungszentrum von Hedelius. Technik, die sich auszahlt. Hedelius. Made in Germany.